So, pass auf, ich positioniere dich jetzt ganz easy und du ballast die einfach alle weg, ja? Deal? Bist du dabei? Komm, ganz vorsichtig. Ich hoffe, es gibt ja keine Verfolgungsjagd in dem Spiel. Ich hätte auch die Dame gesagt. Wie wäre es, wenn ich schieße und ihr fahrt? Da ist noch so einer. Guck mal, da. Alter, der steht direkt vor dir und du triffst den nicht. Was bist du für ein MG-Schütze? Mann, 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 Mann. Da, ballast die mal weg. Ja, genau. Halt doch mal drauf. Warum ist mein Schild jetzt so weit unten? Ich glaube, ich steig mal aus. Das würde ich ja sonst nix. Gehst du jetzt mal drauf? Ja, ist mal weggegangen. Ich glaube, wir müssen da die Brücke oder sowas ausfahren. Seitdem, der schießt noch beim Umfallen. Guck mal, da blinkt doch was. Na, das ist schon ein Detailreicher, ne? Da haben sie schon echt Details eingespart. Wenn man sich da anguckt, da einfach so graue Wand. Da passiert was? Yeah, eine Brücke. Eine Energiebrücke. Wie stylisch. Ich muss es nur schaffen, mit dem Auto die zu treffen und da drüber zu kommen. Und nicht runter zu fallen. Das wäre ja echt vom Vorteil, ne? Na gut. Kommen wir wieder zurückgehen. Zu unseren Kumpanen. Was heißt eigentlich, die 15 Meter da? Was soll mir das sagen? 15 M. Das müsste doch eigentlich was mit Metern sein, oder? Hey, bin nur ich. Nicht schießen. Ah, den kann ich auch mitnehmen. Ab geht's! Nein, nein. Äh. Ja. Ah. So fast. Fast. Nur nicht festhängen da. Ah. Das ist aber zu schnell. Das wird... Da werden wir nie freuen damit. Das wird Auto und ich. Ich bin echt mal gespannt, was es mit dem Ding auf sich hat, hier. Über das Gefechtsnetz der Allianz kommen neue Meldungen. Viel mehr Crew-Mitglieder als erwartet sind aus der Ordnung herausgekommen. Der Käpt'n hat ihn wirklich die Hölle heiß gemacht. Wenn wir Käpt'n Kies und die anderen Überlebenden finden, können wir einen effektiven Widerstand organisieren. Ich will mal wissen, was das für eine Allianz ist. Warum die so stinkig auf uns sind. Das wäre doch echt mal interessant zu wissen. Ja, total. Ja, wir sind jetzt erst mal hier raus. Wieder Vereinigungstour. Also, ich würde sagen, die Melodie geht auf jeden Fall schon mal vollkommen okay. Und der Fels, der gerade so ein bisschen sich ausgedehnt hat, das war nicht so schön. So, Leute. Oh Mann, wo müssen wir denn hier hin? Hier ist ja nix. Ein grenzenloses nix. Da leuchtet was. Da leuchtet auch was. Links oder rechts? Mach mal erst rechts. Sind wir näher dran. Ganz wie doofe wie mich. Leuchtet was. Hier muss so lang. Hier muss so lang. Alter, willst du mich eigentlich verscheißern? Was ist das für eine Kacke? Dieses Auto regt sich immer auf den Kopf. Das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, dass das Auto sich auch im Kopf dreht. Das ist jetzt euer Ernst, oder? Ihr habt meinen Kontrollpunkt geladen. Ah, die kann ich wieder hinstellen. Sag das doch gleich. Das hat doch eben nicht funktioniert. Yay. Ich will aber lieber an die Kanone. Kann ich auch an die Kanone? Ja. So, dann richten wir das Auto mal aus. Achso, nee, von da bin ich ja gekommen. Ich will an die Kanone. Ach, meine Fresse. Ich will meine Kieger wieder haben. Komm, komm mal einfach drüber. Komm, steck mal aus. Jetzt seh ich mal da ran. Ja. Da ist er. Da ist er. Bin jetzt gewischt. Kommt raus. Kommt raus, ich hab die schöne Knifte. Kommt raus, da. Kommt raus, da. Kommt raus, da. Ich hab auch so schießen. Kannst rauskommen. Na. Da könntest du ja auch einfach mal rumgehen, den flankieren. Was haltet ihr davon? Also, der AGSAP hat sich das besser, mein Gefühl, zu schießen. Jetzt treffe ich auch erstmal hier. Da hast du nicht getroffen. Na, komm schon. Da ist auch noch einer. Komm ich da auf? Komm ich da nicht hoch. Ich will da hoch. Ich will den Mistkerl erledigen. In den Bergen oberhalb des Komplexes halten sich Marines versteckt. Na, komm. Na, endlich. Endlich, haben wir ihn. So, Mädels, könnt kommen. Alles safe. Schauen wir erstmal hier in der Rettungskapsel. Zumindest Munition. Komm ich gar nicht rein. Mal, was ist das denn für einer? Den haben wir ja gar nicht gesehen. Hm. Die hatten wir noch nicht. Der sind Haare gewachsen. Und das Maul ist länger geworden. Sieht schon echt grausiger aus, ne? So. Na gut. Da, da blinkt aber noch was rot. Ich dachte, ich hätte ja alles befriedet. Der Mist. Dort ist es. Geben Sie mir Feuerschutz. Noch mehr. Hier drüben. Hier drüben. Ach, da. Ist das alles, was du drauf hast? Ruhig halt. Ich wollte gerne aus dem G. Der hat immer den ganzen Spaß. Dann trifft nichts. Oh, den getroffen ist. So. Lass mich mal da rein. Raus da. Da drüben. Hä, hä, hä. Tch, 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 tch. Ist das scheiß Geschifft da? Komm nicht so hoch. Los, los, los. Voll gemein. Komm nicht so hoch mit dem, mit dem Ding in hier. Ich dachte, der wäre tot. Jetzt ist er tot. Einer fehlt aber. Hören Sie Echo 419. Wir haben Überlegende, die sofort ausgeflogen werden müssen. Roger, Cortana. Bin unterwegs. Ich habe noch weitere Rettungskapseln in Ihrem Gebiet entdeckt. Eines in der Nähe eines Neufels. Und noch einer am Rand der Klippe. Schwer von hier oben was zu erkennen, aber ich glaube, da sind noch mehr Überlegende. Verstand. Wir sind auf dem Weg. Ja, knall ab. Knall doch ab. Der gehört ja zu uns. Der ist ja so ein Zombie-Gesicht da. Ey, wo willst du denn hin, Junge? Ich will dich retten. Komm doch mit in meinen Chibi. Warum rennt der von mir weg? Achso, wir müssen hier hin. Da bin ich auch mit. Ich will auch mit. Hm. Okay. Wir haben also einen Überlebenden gerettet. Fand ich jetzt schon ein bisschen komisch. Wo ist mein Team? Mein Auto? Da. Was liegt da? Ein Stein. Der ist ja nicht mal dabei. Einfach mal nicht dabei, der Stein. So weit aber auch. Ja, geht ja noch nicht. Okay. Wo fahren wir jetzt hin? Warum gibt es hier keine Karte? Alter. Ich drück doch nach links. Ja. Kann ja sein natürlich, dass wir jetzt den Weg zurückfahren müssen und diesen anderen Weg nehmen. Aber ich will mich hier noch ein bisschen umgucken, bevor ich hier was zu acht lasse. Aber das scheint natürlich auch nur so ein, ja, so ein Kessel zu sein. Also doch, ich bin noch von da gekommen und hier geht es noch nach links. Wollt ich hier so durch? Ja, passt. War ja einfach weiter, da. Genau, danke. Ja, hier wollte ich hin. Ja, da hinten sind noch wieder welche mit diesen Schilden. Darf ich wieder nochmal? Bitte, 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 bitte. Lass mich nochmal. Komm so, du triffst eh nix. Ich muss noch irgendwo da... Ich sehe doch sein Schild. Wollt ihr nicht? Da gibt der Bombe denen zu viel Deckung. Los! Irgendwas wird er getroffen haben. Irgendwas wird er wohl getroffen haben. Okay, da kommen wir gar nicht rauf. Viel zu steil. Äh, da ist einer. Da fahr ich einfach platt. Vor dem platt fahren. Der steht direkt vor dir! Jawoll, genau so, Jungs. Hey, hey! Na gut. Weg ist er. Bähähähäh. Was ist man jetzt hier lang? Das ist doch so schön, dass man so schön gegen den Boden guckt. Hm. Dahinten ist so eine Landungskapsel. Da ist doch eine. Überlebende entdeckt. Zwischen den Felsen dort sind nur hinsversteckt. Noch mehr vor denen. Bäm, bäm, bäm. Irgendein Feuerstoff. Los. Fahr durch. Die Kavallerie ist da. Wer kommt mit mir? Die Fingreich hinter dir. Da. Vorsicht, können Sie überall sein. Mädels, wie sieht's aus, hm? Und jetzt? Kontakt, da unten. Landungsschiff der Allianz. Schmerz, da ja. Wo denn? Wo denn? Hier ist nix. Da ist nur das Landungsschiff. Die Rettungskapsel. Da ist es. Da. 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 Muss nachladen. Schild ist kaputt. Waren hier nicht da. Wollen wir sagen, das ist auch online da gelaufen. Wo sind denn die anderen alle? Bin ja komplett alleine. Da waren doch eben fünf Mann oder so. Schade. Nichts gebracht. Alter, das ist da hinten scheint sie zu sein. Och. Ja. Das ist das, der ist ja so. Da. Von was ist das? Weil du hier bist. Ja, weil du hier bist. Wenn du hier bist. Sieht interessant aus. Ein Sniper geschüttet. Ja. Das war nur die... Also das war glaube ich nur die Pistole, ja. Da ist eins. Upsa. Knopf. Yay, das macht Spaß. So stehen, Mann. Du bluderes Schiff. Hab ich was erwischt? Hab ich was erwischt? Da ist der. Kleine Humpelmann. Komm schon. Bäm's. Im Laufen. Echo 419 an Cortana. V-Hammer ist in Position und bereit, weitere Leute rauszuholen. Verstanden, V-Hammer. Wir freuen uns schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Wir werden die letzte Kapsel suchen, Echo 419. Viel Glück. Achso, das ist so eine Knifte von denen hier. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Ups. Interessantes Ding. Ja, ich will ja mal rein. Ich will ja auch da rein. Nehme ich mit? Ja. Kann ich jetzt mitfliegen? Ich bin ja tatsächlich jetzt hier drin. Ich bin ja tatsächlich in der Galупze. Vielen Dank.